Wir werden jetzt das Rennen per Flagge gleich freigeben. Insgesamt 10 Runden stehen auf dem Programm und damit kann es jetzt losgehen. So, fahrt wir uns dann so lange kurz, das hat man noch gesehen, da gab es aber auch die eine oder andere Gruppe gleich hier zu Beginn des Rennens. Dann haben wir, das müsste Annette Stich sein, die da im Kreis noch mit dabei ist. Die Dame entfällt und er nadelt auf der vorletzten Position im Rennen. Aber das heißt für ihn natürlich auch auf der zweiten Position in der Formel Junior. Und ganz ganz vorne in der Formel 50 haben wir wieder unser Franzosen, Fabio Sancelor, der hier Annette Fähre im Rennen zu Beginn eröffnet. Und diese Rennen auch bis zum nächsten Rennen, die gerade im Nächsten. Die Dame haben wir 20er Jahre los. Und dann ist dann derische Rassel die weiterer Platz hier in der Formel 50. Jetzt sind wir improve. Über 328 km, und wieder kommt einander durch Stich. Und jetzt hat hier ein Mann Fabio Sancelor, der das alles wieder fest im Griff hat und jetzt schauen wir auf den Ganzen die zweite Position hier. Dann haben wir noch einmal Vervo für das Lampere Show und das war Lukas, also das ist in französischer Hand, das geschehen hier aktuell. Dann haben wir Lukas Heil, der hier mit der 153 auf dem Sprung ist, die insgesamt 5 Lampere Show einzunehmen hat, also einen schwedischen Kollegen, der eigentlich in der 153 unterwegs ist, die wir vielleicht mal drücken haben. Der war jetzt, der sehen ja das ein oder andere Problem schmerzt, gleich hier an der Stadt, bis sie gerade ausgefahren ist, und dann später auch die technischen Probleme auf dem Wasser hatte. Der ist diesmal ganz gut unterwegs, hat sich da schon ein bisschen Luft nach unten verschärft, vor Annette Stich. Aber natürlich im Kampen, und sie in der Firma Brunner, hätte er wohl keine Chance mehr zu haben. Dann unter 2 Kampen, jetzt 2 in der Kurme 50, zwischen Bernhard und Christiane und Scholler. Jetzt, der spitzt sich da auch ganz, aber wir sind jetzt hier. Wir arbeiten sehr, sehr, sehr dicht da beieinander. Wir haben die Rehörer, wir haben uns alle schon verhundert, von unserem Kampen, der 4 in der Kurme 50, wo Fabian St. Solon, und hier kommen unsere Zeitplatzsie in der 5 in der 50, und hier sind die 8 mit Sonnenklänge, der in der 5 in der 6 Seite, der nächste Schwede, Dspiel das mal, also Francois Lucas, wieder mit der 2.22 aktuell, auf der Vorderpräsidentin vorliegen, lustig an Robben Show, und dafür auch gemacht, den 2. Platz für eine Art Bernhardt. Na ja, dann sehe ich, dass die 2 gerade in der 6.ammel, die 6.25, dann steht der 4, das haben die Frage, und die 6. satu-mal-mal-mal-mal-mal-mal-mal, Da hat einfach ein leichtes Problem an der Stelle, wenn du dann wieder rausgehst aus dem Wasser aufs Land. Und dann werde ich schießt, die Landführer nach oben auf das Land gehen. Also nicht durch dich, die wollte da einfach mal schauen, bei der Streckenposting vorbeischauen und hat es da ziemlich eng werden lassen. Und dahinter kam Florian Brigg und auch hier hatte ich Probleme. Jetzt hat es der nächste bei uns hier in der Justine leichtere Idee noch. Das müsste ein schwedischer Fahrer sein, ist es auch mit der 546, Linus Alexander. Und dann an der Spitze immer noch alles ganz ganz deutlich. Wir schauen wieder auf den Kampf um die zweite Position. Denn da geht es immer noch sehr sehr eng zwischen unseren Franzosen. Da gab es auch eine Positionsverschiebung. Also gestern war die Show. Im Moment jetzt hier gerade die zweite Position übernommen. von Bernard Bernard Bernard. Und das war Lukas. Hält sich da im Moment noch ein bisschen besser zurück in der Zuschauerrolle auf der aktuell vierten Position in der Firmel 50. Also die drei Oberkampf, die jetzt gleich wieder zurück kommen. Das ist der Dreikampf um die zweite Position. Das ist der Dreikampf um die zweite Position.